Genau, richtig. Dafür eine Belehrung. Und selbstverständlich habt ihr dann noch aus dem Hafen eine Kogge, die hinausgezogen wird, denn beschiffen kann man die nicht mehr, sodass ihr hier ein paar Rinder euch habt mitgenommen. Die werden dann für den Transport durchgestellt und die ziehen dann auf dem Landwege die Kogge, also die Kogge selbst liegt im Wasser und die Rinder ziehen dann die Kogge auf dem Landweg, wie es dann normalerweise auch bei Flüssen gemacht wird, wenn man treidelt. Also eine sehr baufällige, nicht mehr wirklich schwimmfähige Kogge, die jetzt als Futter für die Arche dienen soll. Die Frage ist, möchte er einfach erst deine Ansprache jetzt halten oder erst hinterher auf dem Boot? Auf dem Schiff. Okay. Dann stellt Yalan sich jetzt auf eine Kiste voller Hämmer, Sägen und Pfeilen, wie es zu sein scheint, die er vom Wagen heruntergenommen hat. Reist bei sich einmal und wartet kurz darauf, dass es still wird. Hm-hm. Und gut, es ist gut, dass ihr alle pünktlich hier eingefunden habt. Wir wollten ja eigentlich heute Morgen abreißen, da kam etwas dazwischen. Ich muss und werde euch eine Erlehrung, eine Warnung erteilen müssen. Wie man euch sicherlich bei eurer Anwerbung gesagt hat, solltet ihr euren Dienst auf einer Dämonennarche verrichten. Auf einem der großen Halb-Dämonen, Halb-Schiffe, die die blutige See unsicher machen und derer wir hafhaft werden konnten. Der Aufenthalt darauf ist in sich schon gefährlich und ihr setzt damit eure unsterbliche Seele aufs Spiel. Und weder ich noch die Götter können euch retten, falls irgendetwas Ungeplantes geschieht. Wenn euch dies nicht geheuer ist. Wo sei es euch nun freigestellt, ohne einen Vertragsbruch zu erleiden, diese Expedition zu verlassen. Wird kurz abgewartet. Ja, du kannst den Wind hören, der jetzt über dieses kleine Feld weht, kurz vor den Stadttoren. Niemand sagt ein Wort. Nun gut, damit wurde die alle darauf hingewiesen, was euch erwartet und was euch erwarten könnte. Wollen wir uns mal auf den Weg machen. Und die Götter mit unserem Dienst stolz machen. Das haben wir da angepackt. Die Reise dauert, ja, wieder einmal drei volle Tage. Mit den unterschiedlichsten Bedingungen vor Ort könnt ihr dann den Dörfern halt machen, dort speisen, nächtigen. Auch wenn euch diesmal keine Scheune geboten wird, weil ihr einfach zu viele seid. Aber man wird wohl sich gegenseitig wärmen, ein paar Lagerfeuer entzünden. Man hat das Nötige an Material diesmal dabei. Dann erreicht ihr wieder die Arche. Die immer noch, wie ihr sie zurückgelassen hier, liegt in dem kleinen Sumpf. Der zu gefrorene Morast, das, ja, der Schnee, das Eis, darum hat sich dann doch noch etwas schwärzer verfärbt, als es eigentlich üblich ist. Leichte, rote, ja, sieht fast aus wie Blitze, die in diesem Eis liegen. Einfach nur Blut, was sich verteilt hat und von dieser Arche ausgesondert wird. Ein merkwürdiger Gestank, der sich jetzt in diesem Feld ausbreitet. Und ein paar Männer, die davor stehen, sitzen, die Ankunft von euch erwarten. Wer sitzt denn da? Ja, höchstwahrscheinlich die Leute, die ihr zurückgelassen habt in der Messe. Ihr werdet begrüßt von, ja, Jaroslaus Topfenstrodel. Der mittelreichische Söldner kommt dann auf euch zu, nickt anerkennend. Und, oh, ja, wir sind ausgezogen. Also, es gab ein paar Probleme drin mit den Piraten und den Söldnern, deswegen sind wir dann raus. Und die sind da jetzt wohl immer noch drin. Hm, natürlich. Jona? Hm? Werden wir uns mal drum kümmern müssen. Ich fürchte auch. Gut, aufgemerkt, Söldner. Könnt euch gleich am dritten Tage was tun für euer Geld. Es scheint gar so, als hätten sich einige, hätte sich einiges Gesinde in meinem Schiff eingenistet. Werden da rausgehen und sie überzeugen, uns zu verlassen. Soll dies nicht geschehen, werden die Waffen sprechen. Sel habe ich denn auch dann zwischendurch eingewiesen, eigentlich in meine Kampftechniken und so, weil das haben wir jetzt mehrfach übersprungen. Habe ich irgendwann zwischendurch mit ihm gesprochen. Also, du kannst durchaus mit ihm, du kannst durchaus mit ihm mal geredet haben, das geht natürlich. Das Problem ist natürlich, dass du jetzt hier unterwegs keine... Na doch, auf dem Weg kannst du natürlich auch mit dem Geschützen mit ihm üben. Das geht. Gut. Ja, weil das ist jetzt irgendwie mir einfach ein bisschen untergegangen. Ähm, ja. Gut, dann hätte ich ihn halt auch ein bisschen eingewiesen. Hätte auch wahrscheinlich die Gruppe so ein bisschen in zwei Teile halt, weil die Arche ist ja auch lang. Und wenn ich eben am einen Ende bin, eher am anderen, dass es so ein bisschen passt. Also, das hätte ich auch schon geübt in den drei Tagen, wenn es denn möglich ist. Mhm. Ja. Ja, dann könnt ihr wohl erkennen, wie auf der Arche, auf der Außenoberseite, jemand an diesen Schädel herantritt. Ähm, ist dann also einige Meter über euch und stellt sich dort mit seinem riesigen zweihändig geschwungenen Hammer hin. Er stützt sich so ein bisschen ab und lacht verächtlich runter. Hahaha, diese Arche gehört nun uns. Euch! Euch und welchem Käpt'n! Ich... Lassen wir von Brindisian das Schwert aushändigen. Danke so, als bräuchtet ihr das hier. Dann gebt es uns doch. Kommt doch raus und holt es euch. Es knallt einmal. Gebt euch einen Tritt in den Arsch, mehr gibt's nicht. Es knallt einmal und der Schlechter von Tisal fällt hinunter. Ihm fehlt der Kopf und er führt eine leichte sprühende Blutfontäne mit sich, die dann nach und nach plätschernd in den Morast fällt. Ich springe entsetzt zurück. Ähm, kann gerade noch an mich halten, bevor ich das Schwert fallen lasse und blicke mich mal um. Ja, du siehst, wie Pfeil des Lichts gerade seine Hände erhoben hatte, bei Zeigefinger auf ihn ausgestreckt und schaut einfach mal in deine Richtung. Sagt nichts. Ich... Wenn sonst nichts passiert, brauche ich einen Moment, um mich zu fahren, zu sammeln, so fünf Sekunden. Dann hörst du von nebenan, Käpt'n, Befehle, was sollen wir machen? Nicke ich kurz dem Pfeil zu. Na dann stürmen wir das Ding. Keine Gefangenen. Er verschränkt die Arme und ist weg. Ja, ihr steht dann immer noch vor der Arche, die mit dem Maul verschlossen ist. Ähm, und ja, wenn du dann das Schwert benutzen möchtest, wie möchtest du das denn gerne machen? Ähm, um ehrlich zu sein, möchte ich jetzt Elphadarius machen lassen. Okay, Elphadarius, Elphadarius tut das, alles klar. Ja, Elphadarius nimmt das Schwert in die Hand, ähm, wird dann einmal die Befehle sprechen, ähm, schlägt dann das Schwert in den Rumpf des Schiffes und das Maul öffnet sich mit einem knarzenden Geräusch. Ihr werdet empfangen von Schreien. Und Gestank. Es riecht nach Fleisch. Gebratenes Fleisch. Ähm, Angriff, los, mir nach! Das Schwert gezogen und losgehört. Ich hoffe, nicht kommt der Rest mit. Ich auch, Männer, los! Und so lauft ihr mal wieder in die Arche hinein. Auch wenn sie euch mittlerweile gehört und das nicht mehr ganz so ungewöhnlich ist, als bei eurem ersten Versuch. Ja, die ersten zwei, drei Treppen nach oben, äh, könnt ihr dann den Fleischgeruch mehr und mehr vernehmen. Die Arche ist beunruhigend still. Die Archenkäfer sitzen immer noch an Ort und Stelle, krabbeln nicht mehr umher. Sie sind wie eingefroren, als ob die Arche ihren Dienst eingestellt hätte, als ob sie tot wäre. Ein beunruhigendes Gefühl, möchte man vielleicht meinen. Und dann steht ihr wieder im Hauptdeck. Dort, wo die Mannschaftsquartiere sind. Und hier könnt ihr sehen, wie wohl viele, viele Piraten und Söldner, schlechter von Tisal, mit ausgestreckten Gliedmaßen herumliegen, immer noch leicht zucken und es widerlich riecht. Teilweise haben sie sich auch noch, äh, ja, eingeschissen. Und wenn ihr dann in die Clashem bekommt, könnt ihr hier den Pfeil des Lichts sehen. Die Söldner, die ihr mitgenommen habt, blicken sehr verdutzt jetzt umher und suchen nach weiteren Gegnern, die es zu bekämpfen gibt, aber ihr findet nur noch Leichen. Magister? Kapitän? Ähm. Was genau ist dir passiert? Ich dachte, dass die Arche euch gehört, so habe ich sie euch zurückgeholt. Zumindest wurde es mir so aufgetragen. Eure Befehle sollen wohl nun das Maß der Dinge sein. Nun, hab Dank. Ich war ein wenig unvorbereitet auf das Maß der Kampfkraft, die man euch in Garret wohl lehrt. Wir sitzen seit einiger Zeit in Garret. Aber, nun, mitunter gehört zu unserer Prüfung, dass wir uns in die Dämonenbrache begeben, falls euch das etwas sagt. Und damit könnt ihr euch raubschätzen, wie groß meine Kraft ist. Verzeiht, da bin ich überrascht darüber gewesen zu sein. Willkommen auf eurem Schiff, Kapitän. Also müssen wir nicht mehr kämpfen? Fürchte nicht, Fiona. Ich fürchte nicht. Oh! Da gäbe es doch noch was. Mal guck die Luptil an. Seht ihr Männer, die Götter sind mit den Rechtschaffenden. Was ist das für eine Kreatur? Das ist Luptil. Ein Freund. Das ist dein Freund? Nun, ich würde ihn zumindest nicht als meinen Feind betrachten. Aber ein Freund... Mäckiges Geschöpf. Nun, sein Herz ist groß. Und man lächelt Luptil einmal freundlich an. Ihr könnt es einmal hinter euch klunken hören und irgendjemand kommt von unten in Richtung Klaschempe, wo ihr gerade immer noch steht, immer noch ein bisschen fassungslos. Warum habt ihr das getan, Magister? Warum? Ihr... Ihr... Ich... Widerwunder dich einfach nur. Blutschluck, was macht ihr auf meinem Schiff? Ich habe mich nicht daran erinnert, dass ich euch gefragt habe, hier zu sein. Ich habe dich nicht überleben lassen, damit du uns jetzt wieder auf die Nerven gehst. Dann hör am besten nicht hin. Und was habt ihr da an eurem Bein? Hm, ein Experiment, eine Idee, die ich mit einem Ingrimm-Geweihten besprochen habe. Wir werden sehen, ob irgendwas passiert. Mein Bein ist sowieso aktuell unbeweglich, da konnte ich es auch eingießen lassen. Seid ihr denn von allen guten Göttern verlassen? Lasst ihn doch, lasst ihn doch. Wenn er meint, er muss so etwas machen, dann macht er das. Ja, dann, wir haben wirklich wichtiger, was zu tun, als uns mit einem Verrückten rumzustreiten. Fürchte, ihr habt recht, ja. Sehr gut, alle Mann. Wagner, würde ich unterdenken, jetzt eure Quartiere zuweisen. Offiziere folgen mir, bitte. Senores, es ist schön, dass ich euch an Bord der Gezeit in Spiele begrüßen darf. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Ugdan, ich bin der Mannschaftssprecher hier und ich bin für eure Wehwehchen hier zuständig. Das gilt natürlich auch für die Söldner. Wenn ihr einmal Probleme haben solltet, dann kommt am besten zu Ugdan. Wenn ihr Probleme mit eurem Quartier habt, mit einem anderen Nebenmann, mit einem Nachbarn, dann kommt am besten zu mir. Ihr findet mich sicherlich immer in der Nähe der Geschütze, denn ich werde seit Neuestem von Fiona eingewiesen. Und wie gesagt, wenn ihr etwas braucht, dann fragt mich, ich weiß immer, was zu tun ist. Si, Senor? Lobt ihr? Hört einfach auf eure Vorgesetzten und lasst euch von dem Schwätzer nichts erzählen. Genau. Senores, im Falle eines plötzlichen Druckverlustes fallen automatische Schalttränke von der Decke. Da muss es sein. Die Enden des Ganges sind markiert mit roten Leuchtpfeilen und es gibt einen weiteren Ausstieg in der Mitte des Ganges. Okay, jetzt reicht's. Im Notfall macht der Kapitän auch ein Loch rein. Gut, und dann redet gerne sehr viel, wie ihr alle mitbekommen habt. Also manche muss man ihn auch unterbrechen. Endlich zog dann. Naja, er ist an der Pfanne, ihr wisst ja, wie die sind. So. Und nun, Kapitän, jeder auf seinen Posten. Jeder auf seinen Posten. Sehen wir doch mal zu, was das Ding so kann. Wie, jeder auf seinen Posten. Ich dachte, ich sollte jetzt erstmal allen Leuten hier ihre Seiten zeigen. Das ist dein Posten. Okay. Ich gehe an Ugdern vorbei und gebe ihm liebevoll von hinten einen Klaps auf den Hinterkopf. Senora. Was? Ich bin empört. Das interessiert mich nicht. Sei froh, dass es nur so ein leichter Klaps war. Ja, die Offiziere, Sohn, wurden von dir nach oben gebeten, richtig? Ja. Gut. Offizierscasino. Ja, ähm, dann wird dort Eferdaios eine kleine Rede halten. Wollte er die nicht von der ganzen Mannschaft machen? Kann die von der ganzen Mannschaft machen, wenn ich will. Ja, dann, dann, dann tritt er vor die Mannschaft und hält vor der gesamten Mannschaft auf dem Oberdeck, also dort, wo die Äste noch nach oben ragen, ähm, lässt sie alle einmal, äh, Aufstellung nehmen und, äh, stellt sich dann selbst auf diesen kleinen Steinpodest, wo ehemals Menschen geopfert worden sind, ähm, wo du auch noch mit deinem Kopf gegengeschlagen bist. Wir stehen hier heute zusammen, zusammen auf diese Arche, diesem Unheiligsten aller Schiffe. Ich weiß, ich weiß, was euch durch den Kopf geht. Ich weiß, was euch durch den Kopf geht. Ist das hier recht? Kann das alles gut und richtig sein? Ist es das wert? Und daher, mancher von euch wird sich vielleicht auch fragen, wie er eines Tages seinen Kindern und Enkeln in die Augen schauen soll, um ihnen dann zu beichten, was hier heute seinen Beginn nimmt. Denjenigen kann ich nur eines sagen, nur, nur wenn wir siegreich sind, wenn wir siegreich sein werden, wird es die Gelegenheit dazu geben. Nur dann könnt ihr eure Kinder in die Arme schließen, ihr Lachen hören, ein friedvolles Leben führen, wenn dieser Krieg endlich zu Ende geht. Nur wenn wir siegreich sind, wird es Kinder und Enkel wieder geben. Am Horizont zieht ein Sturm auf. Ich habe sie gesehen. Die Wellen, die sich auftürmen werden, um unsere Welt zu verschlingen. Von Torwall bis Festum. Nichts werden sie zurücklassen. Gar nichts. Wenn wir nicht etwas tun. Geschult im Kampf. In der Seefahrt. Und der Magie stehen wir heute hier. Gemeinsam werden wir den Anwarwältigen gegenübertreten. Den Dämonenbündlern. Ihren Dienern und deren Dienern. Lasst euch nicht beirren. In der Welt nach dem Sturm kann es nur Platz für die Rechtschaffenden geben. Wer wir sind, ich sage es euch Männer. Wir sind das Licht am Horizont. Wir sind der Rammsporn wieder der Finsternis. Und nachdem das beendet wurde, könnt ihr dann die Mannschaft da den Quartieren zuweisen, zuweisen lassen und die anderen gehen ins Casino. Casino. Offiziers Casino. Achso. Ich spiele Casino. Nun gut. Ich will erstmal eine Runde zocken. Wir kommen an Bord der... Hm. Wir brauchen einen Namen. Können sie sich vielleicht weiterhin gezahlt in Spinnen nennen. Hat jemand Ideen? Hm. Wer auch immer. Wir werden uns darüber zugegebener Zeit Gedanken machen. Die Frage ist, ist der Name nur für uns oder soll es ein Name sein, den auch irgendwann jeder kennt und der sich vor uns fürchten soll? Natürlich soll der Name auch bekannt sein. Hm. Oh, das ist doch egal. Wir werden uns darüber, während der Fahrt an den Gedanken machen können. Jedenfalls, dann an die Offiziere, die Magie und die seltener Führer und hast du nicht gesehen gewandt. Nehmt euch Zeit, euch mit dem Aufbau in der Archie vertraut zu machen. Hier ist sehr viel anders als ein normales Schiff. Und ich will nicht, dass im Ernstfall hier jemand verläuft. Wäre ja nicht das erste Mal. Gut. Sorgt dafür, dass eure Männer beisammenrollen und bei Ruhe bleiben. Und falls es unvorhergesehen hervorkommt, dass ihr Ägypten meldet. Ich denke, das sollte alles sein. Wir werden jetzt einen kleinen Versuch durchführen. Anschließend sehen, was sich mit diesem Kriegsschiff anstellen lässt. Entlassen. Damit gehen die Offiziere ab. Gut, dann sammle ich mal die drei. Ja, meine Kameraden. Also eigentlich alle, aber auf Jona und Ragnar da. Gut, wie sieht es bei euch aus? Was genau sieht wie aus? Ich frage mich, wie ich die alle Leute hier versorgen soll. Aber sonst geht es mir ganz gut. Deswegen hat seine Gnaden ja ein paar Köche angeheuert. Ach so. Die sind mir dann unterstellt, oder wie? Und da du erst mutig bist, sind sie dir wohl unterstellt, ja. Chefkoch, wenn ich bitte ab. Nimm das, wie du willst. Sehr gut. Chefkoch, Schatzmeister. Die Frage ist, wenn im Falle eines Angriffs, können sich hier eigentlich an Bord alle verteidigen? Meine sind sie trainiert, habt ihr darauf geachtet, Leute zu nehmen, die sich auch verteidigen können? Wie ist es mit dir, Ragnar? Ich habe dich noch nie kämpfen sehen, weshalb bist du immer nur durch die Dunkelheit geschlichen. Okay, ja. Kämpfen? Geht. Soll ich dir sonst was zeigen? Äh, was kannst du denn so? Hm. Wie gesagt, soll ich es dir zeigen? Äh, wenn du mit Oktan trainieren willst und ich zugucke, ja. Oh ja, immer richtig, Sodi. Es klopft einmal an der Tür und sie wird auch direkt aufgemacht. Äh, in der Tür steht Oberleutnant Theoma Dreisperger von dem Falkenbanner, leichte Infanterie. Äh, könnt sehen, wie er wohl auf seinem Schwert aufgespießt hat, eine der Lederschwingen. Das ist die, auf die Fiona geschossen hatte, der der Kopf explodiert ist. Äh, ebenso wie wohl jetzt auch dem Schlechter von Tisal. Äh, so ein bisschen aufgespießt, ähm, ja. Äh, rauche ich schwarz? Äh, äh, meine Herren, Verzeihung, äh, kann das weg oder braucht ihr das noch? Äh, schafft das dann weg. Jawohl, meine Herren. Ja, Tür wird wieder zugemacht und, äh. Hat er mich nicht gesehen? Wird ich unsichtbar? Guck die anderen an. Ich glaube, es ist einfach nur gewohnt, meine Herren, zu sagen, weil das kürzer ist. Wann außer. Seit wann gibt ihr Torwanderer viel drauf? Hm, hm, hm. Ja. Nun. Äh, wir werden uns darum bekümmern müssen, die Arche ein wenig wohnlicher zu machen. Äh, worauf ich gerade noch hinaus wollte, Yalan. Ach, natürlich. Wenn die Leute nicht kämpfen können, dann sollten wir ein paar Räume schaffen, in denen sie sich im Notfall ins Angriff verstecken können. Sowas wie ein Notraum, äh, zu verstecken. Ja, wenn das Schiff angegriffen wird, dann sollten alle kämpfen, selbst wenn sie nicht kämpfen. Einfach ein Grund, dass wir verlieren, sie wahrscheinlich sowieso sterben. Wenn sie als Geiseln genommen werden, oder wenn sie uns durch ihre Panik, äh, den Weg durch irgendwas versperren, oder sonst irgendwie heillos durcheinander hier laufen, dann bringen sie uns auch nichts. Ah ja, du kannst jemanden als Schutzschild benutzen, vor Fallen. Wir haben... Haha, als ob ich sowas machen würde, ja, sterbe ich. Nun, worauf ich hinaus will, ist, wir können dieses Ding formen, wie wir wollen. Also warum sollen wir hier nicht einen Raum schaffen, den nur sie kennen? Oder den man auf den ersten Blick nicht sieht, so eine Art Geheimraum, wo sie sich verstecken können. Das könnte eine gute Idee sein. Die meisten, die wir derzeit an Bord haben, werden sich wohl verteidigen können, aber bei weitem nicht alle. Ich denke da gerade an unsere ganze, äh, naja, Reihe Smutjes oder, oder den Schiffsjungen oder sonst irgendwas. Sie müssen nicht unbedingt kämpfen. Wir haben genug Kämpfer hier. Sie müssen nicht ihr Leben riskieren, wenn wir es können. Schiffsjunge, redet ihr von Ductil? Dieses Viech, der, du weißt schon. Er ist klein und tut, was man ihm sagt. Er ist ein Schiffsjunge. Ja, was auch immer. Wie wär's mit deinem Raum? Ich meine, im Prinzip, wenn wir dort unsere Heiler, oder heilenden Persönlichkeiten drin hätten, könnte man diesen Raum sogar dafür nutzen, wenn jemand schwer verletzt wird, ihn dort zu verarzten. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Am besten sprecht ihr solcherlei Pläne damit, der von euch was ab, wenn wir gleich die Konge verarbeiten. Fressen, wie er sagt. Hm, nun gut. Nun gut. Dann werden wir wohl mal mit seiner Gnaden sprechen, damit das Ganze vonstatten geht. Noch eine kurze Frage, Yalan. Gibt es Wachdienste? Ich meine, gibt es... ...jemanden... ...ich meine, die Arche ist recht lang. Ich denke, sowas wie ein Ausguck oder so. Vielleicht sollten wir mehrere Leute... ...irgendwie dazu abstellen. ...meinst du nicht? Natürlich. Kümmerst du dich darum? Aha. Sehr wohl. Nun, Ragnar, du willst kämpfen lernen? Ich zeig dir was. Komm mit. Ah, ich muss nochmal ganz kurz was vorher erledigen. Ich muss nochmal was mit Luptil sprechen. Du gehst mit Luptil sprechen, ich teile die Wachen ein und dann treffen wir uns... ...ohm am Deck. Soll ich Luptil dann gleich mitholen? Ja, das wäre ganz gut. Alles klar. Jo, ich geh dann auch und teile Wachen ein. Wollen wir jetzt nicht ausspielen, groß. Ragnar würde Luptil suchen. Ja, Luptil für das... Sehr schön. Da würde ich mit Luptil noch hinein... Luptil freut sich, dass Ragnar wieder da ist. Ragnar freut sich auch, dass das Luptil noch gut geht. Vor diesem bösen Söllen an Versteckt, ja? Äh, ja, vor Luptil. Vor Luptil? Luptil hat gekümmert sich um Arche. Sehr gut. Sag mal, Luptil, ähm... Du weißt ja, wir sind schon ganz gute Freunde, ne? Äh, ja. Ähm... Man schaut immer so Zweifel an. Musst du eigentlich schlafen? Äh, ja. Wenn ja, wo schläfst du? In Astloch. In Astloch? Astloch oder in... In Astschmiere. Astschmiere. Dünner Gang mit, äh... So. Er deutet einmal, ja, ungefähr so groß wie ein Fußball. Äh, diese Größe deutet er mit seinen Händen an. So groß. Okay. Also hör mal zu. Wenn du mein Bett danach immer sauber machst, beziehungsweise meine Hängematte, darfst du in meinem Bett schlafen. Allerdings, äh, würde ich dich dafür darum bitten, dass du immer abends, also du müsstest dementsprechend nachts wach bleiben und tagsüber schlafen. Dann werden wir uns vielleicht ein bisschen weniger sehen, aber die Zeit werden wir dann mit ganz viel Spaß füllen und wir dir ganz schöne Gerichte kochen. Und, was ich von dir möchte, wäre, dass du dich... Du weißt, wo das Offizierscasino ist, ja? Äh, Doktor? Ja. Ich fände es dann gut, wenn... Doktor geht die ganze Arche. Das ist gut. Ich fände ganz gut, wenn du dich da irgendwo zwischen dem Gebälk der Arche versteckst und dir von denen zuhörst, was die ganzen Offiziere über diese Arche zu erzählen haben und was sie über die Leute der Arche denken, damit man einen genauen Einblick in diese Leute hat. Verstehst du? Äh, Luptil kann das. Luptil kann das? Das freut mich, Luptil. Also du musst mir dann einfach alle wichtigen Sachen... Ich muss nicht unbedingt wissen, was sie zum Abendessen gegessen haben, aber wenn sie zum Beispiel sagen, dass sie unseren Kapitän gar nicht mögen... Du kennst unseren Kapitän, ja? Ja, diesen Gala an. Ja. Sehr gut. Also wenn die irgendwas Schlechtes über den oder mich oder Fiona oder Efadaios sagen oder Brindician, dann komm zu mir, okay? Äh, das kann ich. Wunderbar. Das ist nett von dir, Luptil. Aber jetzt möchtest du irgendwas essen? Ähm, Luptil mag Horasfladen. Was sind Horasfladen? Das weiß ich nicht. Jasper hat das mal erzählt. Jasper hat gefragt, was Horasfladen sind. Oder kann ich mir als charakterisch schon denken, dass das wahrscheinlich irgendwie Scheiße oder so ist? Horasfladen? Ja. Das ist ein Teigboden rund, Tomatensauce obendrauf, ähm, dann meistens sowas wie Salami oder Thunfisch und dann Käse obendrauf. Ach so, ich dachte, der Ding ist, das hätte ihm dann irgendwann nur seine eigene Scheiße zum Essen gegeben oder so. Nein. Er möchte gerne mal Horasfladen probieren, weiß aber nicht, wie die schmecken. Er hat das mal gehört bei Jasper. Ah, okay. Ach so, okay. Ja, dann würde ich ihm mal, wenn es in meiner Macht steht und wir das nötige Material dafür haben, einen Horasfladen zubereiten. Mhm. Gut. 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 Gut.